Hallo und willkommen bei Hardware Art. In diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 17, 2014. Es ist eine neue Nvidia Kepler GPU namens GK210 aufgetaucht. Diesen gibt es auch in zwei verschiedenen Versionen, einmal als reguläre Version und einmal als Tesla-Version. Was aber allerdings auch sein könnte, wäre, dass der GK210 einfach zweimal der GK110 ist und dieser GK210 einfach auf die GTX Titan Z führen soll. Im selben Dokument ist der GM204 zu finden, also ein Maxwell-Chip. Dieser hat ein 256-Bit-Interface, könnte also der Chip der GTX 860 bis 880 sein. Dieser ist allerdings in 28 Nanometer gefertigt. Nvidia hat diesen Leak noch nicht bestätigt. AMD bringt erst die neuen Cabini-Prozessoren raus, jetzt kommen schon die ersten Geräte mit AMD Beamer. Erst seit Mitte April gibt es die stromsparenden AMD-Cabini-Prozessoren auf dem AM1-Sockel. Nun gibt es auch schon scheinbar Geräte mit dem Nachfolger Beamer. Dies ist ein Notebook mit dem AMD A6 6310. Der Prozessor wird mit 2,4 GHz takten und hat eine TDP zwischen 15 und 25 Watt. 15 bis 25 Watt deutet auf ein AMD-Feature hin namens konfigurierbare TDP. AMD Beamer ist aber nicht wirklich eine neue Architektur, sondern eher ein Stepping von Cabini, das aber allerdings die Energieeffizienz um rund 20% steigert. Das Update Windows 8.2 soll schon im Herbst 2014 erscheinen. Dieses umfangreiche Update soll das Startmenü wiederbringen, so wie es früher war. Dies ist logisch, denn das fehlende Startmenü ist einer der Hauptgründe, warum Windows 8 so schlecht dasteht. Mehr ist aber allerdings derzeit über Windows 8.2 oder vielleicht auch Windows 8.1 Update 2 nicht bekannt. TSMC, der Hersteller der Nvidia und AMD Prozessoren, soll erhebliche Probleme mit 20nm haben. Dies soll vor allem Nvidias Pläne voll durchkreuzen. Nvidia muss wohl so weit gehen, dass die erste Maxwell-Generation wohl noch im 28nm-Design gefertigt werden soll. Das Tape-Out der Maxwell-Chips GM204 und GM206 soll noch im April erfolgen. Die Karten werden dann wohl Ende 2014 oder Anfang 2015 auf den Markt kommen. Dies deutet darauf hin, dass erst die GTX 900er-Reihe dann im 20nm-Verfahren sein wird. Die Firma OnePlus bringt ihr neues Smartphone OnePlus raus, dass der Flaggschiff-Killer sein soll. Und das auch sehr gut begründet, denn das Handy gibt es ab 269 Euro in der 16GB-Variante und ab 299 Euro in der 64GB-Variante. Das Handy wird nicht mit dem normalen Android geliefert, sondern mit der Android-Modifikation C&G Mod 11. Für 270 Euro denkt man erstmal, das wird bestimmt ein gutes Mittelklasse-Smartphone sein. Aber das ist es ganz und gar nicht. Es hat ein 5,5 Zoll IPS-Panel mit Full HD, was auf eine Pixeldichte von 401 ppi kommt. Für den nötigen Schutz sorgt Gorilla Glass 3. Es hat eine 13-Megapixel-Kamera mit Dual-LED-Blitz und unterstützt WLAN 8.1.11 B, G, N und A.C. Außerdem hat das Handy einen sehr, sehr starken 3100 mAh-Akku. Als Prozessor kommt das Top-Modell von Qualcomm, der Snapdragon 801 mit einer Adreno 330 GPU zum Einsatz, die vier Kerne takt mit 2,5 GHz und es kommen üppige 3 GB an DDR3-RAM zum Einsatz. Damit kann man schon sagen, dass es ungefähr gleichwertig mit dem Galaxy S5 ist. Und das für gerade mal 269 Euro. Bisher können nur Leute das Handy kaufen, die eine Einladung bekommen haben, also sich aktiv an der Entstehung des Handys im Forum beteiligt haben. Außerdem haben sie eine Aktion gestartet, bei der man das Handy nur für 1 Euro bekommt. Dazu muss man sein derzeitiges Handy einfach nur in einem Video verschrotten. Die ersten 100 bekommen dann das OnePlus One für 1 Euro. Jeder weitere hat sein Handy umsonst kaputt gemacht. Wann es in den Läden erscheint, ist noch unklar. Allerdings wird es nicht so arg lange dauern. Das war es auch mit den Techniknuss für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt ihnen einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.